Wie sauer. Ich mach das nicht. Ich will jetzt mal Joghurt essen. Das ist trocken. Ich mach das so, wie ich es seit 10 Jahren mache. Ich setz die Mundi auf. Mann, Junge. Beim Joghurt mit der Ecke, mit den Schokoflakes, da diskutier ich nicht. Don't get me started. Mann, Bro, ich hab da nur, das ist so was Kleinkinder machen, dass sie halt aus dem großen Fach und aus dem kleinen Fach beides reinmachen und dann einfach essen und dann... Na, warte mal. Sagst du mir, du willst mir sagen, du machst dir immer so ein bisschen was hier von raus und machst dann das in den Joghurt rein? Mann, du checkst mich überhaupt nicht. Du nimmst einen Löffel. Bro, das hab ich als ganz kleines Kind gemacht. Das große Fach, das mach ich jetzt nicht mehr. Aber das große Fach, du hast doch jetzt in dem großen Fach beides zusammen gemixt. Ja, wie jeder normale Mensch das macht. Ja, und das zusammen gemixte, machst du noch ein bisschen was auch in das kleine Fach rein und isst erst das große Fach auf und dann hast du im kleinen Fach für später noch was übrig. Und das isst du dann zum Schluss. Das hast du als Kind so gemacht? Ja. Scheiße, Digga, du bist ein Psychopath. Das ist keine Scheiße. Du sitzt oberkörperfrei mit der Schürze. Ist mir egal. Das ist normaler, als das, was du gesagt hast. Bro, nimmst du auch irgendwie Metallbesteck mit, wenn du ins Restaurant gehst und nimmst dein eigenes mit und nimmst irgendwie ein Glas Wasser mit nach draußen? Bro, was ist mit dir, Junge? Das ist krank. Das hab ich noch nie gehört. Was ist das denn? Wettraud. Ja, alswriting ist! Vielen Dank!